Hallo zusammen, mein Name ist Timur, wir sind hier bei Pilates Zürich und heute haben wir eine Einheit mit dem Allekoreformer. Die Fersen zueinander drehst, sodass du sie in Kontakt hast. Füße und Knie jetzt etwas leicht nach außen zeigen, dass du so eine V-Position hast und vielleicht so 45 Grad. Und jetzt beginn mal deine Beine hier zu strecken und zu beugen. Und jetzt ein bisschen mehr in die Sprungbewegung gehen, sodass du dich wirklich ganz elastisch wegstößt und landest. Immer noch wie die Katze, ganz soft und immer noch in die maximale Strecke. Wenn du dich jetzt wegschiebst, öffnest du rechten Arm und rechte Körperseite und dann wieder zurück. Und auch das wiederholen. Ausatmen, wegschieben, öffnen, einatmen, zurück. Den linken Fuß vielleicht sogar ein bisschen mit der Außenkante in das Schulterpolster. Und dann gehst du ganz langsam in diese Streckbewegung und kommst wieder etwas über die Federspannung zurück. Ausatmen, gerne in die Dehnung hineingehen. 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 Vielen Dank.